Tja Hallöchen Leute, ich war mal wieder unterwegs und zwar am alten Spreewaldbahnhof in Straupitz. Hier sieht man das alte Bahnhofsgebäude. Und hier ist auch noch ein Stück Gleisanlage zu sehen. Ein alter Waggon von damals. Musik 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 Und hier ist eine Modellbahn aufgebaut mit einer Dampflok. So ungefähr bloß in groß sah die Spreewaldbahn damals aus. Musik 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 Ein alter Güterwagon. Musik Und vorne dran die Personenbahn. Musik Hier ein paar alte Stellen. Musik Und hier sind wir mal in so einem Personenwagon. Gleich sehen wir ein paar Aufnahmen von einer alten Spreewaldbahn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier nochmal ein anderer Personen-Baggon, aber der ist nicht mehr ganz so gut im Schuss. Wir hatten hier seine Koffer vergessen. Jetzt sind wir im Bahnhofsgebäude, da ist eine kleine Ausstellung zu sehen. Und das ist doch mal ein Handscheinwerfer. Und so sah die Dampflock aus. Die alten Signallampen. Eine Modelleisenbahn gibt es hier auch noch zu sehen. So, das war es dann auch schon gewesen für heute. Wem es gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Dann wisst ihr ja gleich, wo ich das nächste Mal bin. Okay, tschüss.